Was ist da? Bitte? Ich hab verkackt, ich bin tot. Ja genau, die nächste Anfrage darf ich erst in 5 Minuten machen. Mhm. Aber... Was hörst du denn du wie an? Ach so, Musik. Ich muss dich wieder zurückzahlen zum Flug haben, wo war denn der nochmal? Ah, da bist du, ich bin schon wieder weg. Da fliegt niemand! Ey, meine Maschine! Verdammt, Scheiße, ich muss zurück zum Flug haben, ganz schnell. Oder auch nicht? Ne, ich muss doch nicht zum Flug haben. Natürlich wissen die, wo ich bin, natürlich. Ich weiß zwar nicht, wer hier geparkt hat, aber der hat gut geparkt. Perfekt! Ich mach's wieder kaputt. 6 Millionen Dollar Flugzeug bestimmt oder so, keine Ahnung. Also ich hab jetzt nen Kampfjet. Ich hab jetzt auch nen Jet. Ich hab nen Kampfjet mit Raketen. Ich hab nen Kampfjet unbewaffnet. So. Und hier kann man auch so fliegen, das lässt sich natürlich besser steuern. Boah, zieh die Karre hoch, alter! Nein! Nein! Ich muss... Nein! 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 Alter! Alter! Schweinkau. Alter! Wie fliege ich denn, alter? Wie... Alter! Nein! Scheiße! Was machst du? Scheiße! Ja! Ne, ich hab keinen Kampfjet. Einer unbewaffnet. Zumindest weiß ich, wie die Raketen gezündet wären. Was piepen hier? Warte, ich komme zu dir geflogen. Aber, halt bloß Abstand, ich bin gefährlich mit Fliegen. Ja, natürlich. D-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! Er kann auch schneller werden. Ich fliege gerade hier Sparvariante. Was piept denn hier bei mir ständig? Irgendwas piep 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 piep? Das ist die Herausforderung, aber alles gut. Okay. Nnne, jetzt fliege ich auf den Kopf. Möchte ich nicht. Dann muss ich wahrscheinlich... Boah, ich hab voll... Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliege, oder? Nein, nicht so stark! Bin der geborene Pilot, sage ich dir. Kann ich das irgendwie... Mach nicht den, mach nicht den! Fliege schön gerade aus! Ich weiß gar nicht wo du bist... Ich kann ja gar nicht ins die Karte gucken, weil... Wie hoch kann das Ding eigentlich fliegen? qualities Mal gucken. Jetzt steige ich hier mal nach oben. Boah, sieht echt cool aus. Aber... Wo bist du? Ah, da. Ich bin am Flughafen, sehe ich gerade. Du bist über der Militärbasis. Oh nein, da werde ich wieder abgeschossen. Na toll! Scheiße! Nein! 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 Oh nein! Nein, 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 nein! Ich verstehe gar nichts mehr, du lagst extrem. Oh, Entschuldigung. Ich wurde abgeschossen. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir aussieht mit dem Pink. Muss ich gleich mal nachschauen. Du bist gestorben. Wurdest du abgeballert? Ja. Ich hatte dann vier, fünf Raketen. Boah, katastrophal. Jetzt ist an der hier nichts hier. Kein Kampf-Chat. Nochmal einer. Du fliegst aber gut, ja? Dankeschön. Hier sind gerade leider Turbulenzen. Ich würde mich gerne mal jemanden abholen hier vielleicht. Guck mal, ein Zug. Ist das ein Zug oder was hier? Was ist denn das Schönes? Ist das Autos? Weiß ich sogar nicht jetzt. Was ist denn auf dieser Brücke hier? Ah, Autos, fahrbare Untersätze. Dieser Kacksturm. Der macht es mir hier nicht leicht. Autsch. Nicht überfahren, bin ich nicht überfahren. Nein! So, ich muss jetzt noch mal zum Flughafen. Daraus. Ich will nicht in die Militär, aber ich habe keinen Bock von diesen Raketen abgeballert zu werden. Ja, kann ich mir vorstellen. Alter, machen wir mal ein Stück höher. Ich glaube, die sind echt stark. Ja, die sind, die haben mich... Wie mache ich denn jetzt hier? Drücke ich denn? Hä? So, ich möchte mal zum Flughafen. Kommst du mit oder holst du mich ab? Ich bin hier nämlich gerade... Kannst du hier landen? Nee, hä? Nein! Hm, schade. Wenn ich eine Hydra hätte, dann vielleicht... Eine Hydra? Was ist denn eine Hydra? Ja, guck mal, da... Ein Senkrechtstarter. Ah, ein Senkrechtstarter. Ich fahre dann mal zum Flughafen. Mal schnell. Nur noch sieben Kilometer habe ich vor mir. Hört! Also! Und nochmal! Sieht geil aus. Aber bitte triff mich nicht, danke. Sicher? Probier mal... Oder flieg ein Stück vorher. Mach so... Mach alles, was du hast. Alles abwerfen, was du hast. Alles. Lass es richtig krachen. Richtig krachen! Oh, das ist auch schön. Hier ist ein Modder. Oh, hier ist ein Modder. Oh... Der hat gerade auf Trag gesetzt. Das ist doch besser auf Tag. Da lässt sich... Da rutscht sich... Aber die Straßen sind immer noch ziemlich nass. Ja, wie im echten, ne? Oh, fuck. Ich wusste nicht, dass du da bist. Oh, lol. Ein Glück, dass du dich geschossen hast. Wo man die Polizei überall. Und du hast es geschossen, aber ich habe noch nichts gesehen, wo es explodiert ist. Ein Glück. Wie sieht es aus? Aus, ist umgedreht. Ich habe gerade einen Helikopter in die Luft gejagt. Yeah, 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 yeah. Die Polizei. Die Siedigkeit an. Boop. Boop. Und zwei Raketen verfolgen nicht. Ups. Was? Autsch. Du solltest... Das ist doch nicht schwer. Du solltest doch schießen, aber mich nicht töten dabei. Oh. Ist denn das so schwer? Oh. Jetzt brauche ich ein neues Auto. Anhalt bitte. Ja, okay. Auf einer Autobahn wirst du genügend finden, denke ich mal. Ja. Ich habe schon ein Orangenes geklaut. Ciao, Frau. Machs gut. Also gut, ich werde schießen, ohne dich zu töten. Mhm. Ich habe die Raketen gesehen, wie sie geflogen kommt. Ziuuuum. Boah, hier sieht es aus. So lässt du schon um einiges besser fliegen. Na. Ich hör dir dann... Ach, da wollen dich von so schlecht fliegen. Achso, deshalb wegen Sturm. Ja, das war nicht so leicht, weil Turbulenzen so ist. Turbulenzen! Na, Turbulenzen, da kann ich Ohrelied davon singen. Es gibt einen Spielmodus, dass du nicht von einem Jet getroffen werden sollst. Okay. Dann sage ich, töte dich nicht. Ich habe schon noch Sterne, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich verstehe nicht, warum ich Sterne habe. Hä? Oh, nö. Jetzt verfolgen die mich. Oh, nö. Zwei Sterne. Alter. Aber hier brennt nichts. Hier geht nichts kaputt. Hier ist nur ein bisschen... Ja. Hier fliegen Autos durch die Gegend. Geil. Machen wir mal einen Weg frei. Moment, ich... Oh, jetzt ist ganz schwierig. Ich will gerade ein paar andere Leute. Entschuldigung. Da hat's den weg, äh. Ich will gerade ein paar Leute töten. Oh, 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 oh. Macht's gut. Oh, nö. Jetzt habe ich drei Sterne schon. Die SWAT kommt auch schon. Na klar, Leute. Ich will noch ein Flugzeug fliegen. Es tut mir aber leid. Nein, jetzt... Nein, ich will nicht Ronnen jetzt anrufen. Ne, 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 ne. Mach... Mach nicht den jetzt hier. Aua. Also... Hat das Fahrzeug hinter dir zerstört. Vielen Dank, aber das hat durch die Tuckwelle hat's mich nur ein bisschen aus der Bahn geworfen. Oh. Junge. Aber ich habe nicht dich getroffen. Ne, 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 ne. Ein Glück, ein Glück. Ich habe es nur gespült wie... Ich kann gut fliegen, glaube ich. Ja, das sieht man. Ja, ich Bärschlinger längst gestorben. Aua. Verdammt. Ne, 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 ne. Dreh, 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 dreh. Huhuhu. Junge, Entschuldigung. Aus dem Weg. Ah, sorry. War nicht Absicht. Das ist im Übrigen mein Jet. Den habe ich gekauft. Der kostet 6 Millionen. Mit bewaffn oder ohne Bewaffnung? Mit bewaffn. Gott. Leute, ihr müsst hier mal kurz verschwinden. Ich habe hier... Wichtige... Alter. Uuuuuh. Alter. Huaha. Du hast bestimmt auch schon Sterne, oder? Wie viele Sterne hast du denn? 5 oder so? Alter, diese scheiß Noobikes. Haben die dich von Glück? Ja, da ist jemand mitten im Noob-Bike. Raketen, die kannst du nicht abschütteln. In diesem... Ah. Nicht abschütteln war. Schade, ja? Das ist extra so gewollt. Ja. Kack, scheiße. Bist du jetzt tot, oder was? Ja. Hm. Oh. Bist also jetzt tot. Das Traurige. Endlich. Ich ballaue auf ihn jetzt ne Kack-Rakete, alter. Aber mehrere kleine. 5 oder 6 Stück hinterher noch. Zack, 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 zack. Geht leider nicht. Schade. Nicht so einfach. Ich möchte auch jetzt... Gegen den Noob-Bike hast du keine Chance. Wer schießt denn auf mich? Wie du... Jetzt hei. Wie sie schießen. Wie sie... Wie die Geier. Wie die Geier verfolgen die mich. Wie die Geier. Komm. Polizisten. Ja. Ich kann nicht mehr fahren. Das Auto schrott. Oh ne, das brennt. Das brennt. Ich steig mal aus, Jungs. Ich muss mal das Auto wechseln. Was? Ich komm mal mit dem Scrum-Jet. Ja, ich... Lass mir doch ein Auto um den Osten da. Ey, ey, ey. Der Helikopter schießt. Geh weg da. Ne, 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 ne. Wieso halten die denn nicht an? Ne, falsche Taste. Verdammt. Äh, Leute. Ich müsste hier mal irgendwas tun. Au, au, au. Motorrad, ja. Wieso hauen die denn alle ab hier? So, Leute. Jetzt muss ich hier... Warte, warte. Ich komm zu dir. Ich bin zu spät schon tot. Klar, ist alles zu spät. Ich habe eine Granate geworfen. Hm? So, jetzt bin ich wieder irgendwo in der Pampa gespawnt. Es gibt hier wieder keine Autos. Ah, doch, doch, doch. Warte mal. Der ist doch ein Highway. Ein Autobahn. Oder ein halber Auto. Nee, Mann. Wird aber ganz schön geschossen. Haar scharf geschossen. Jungs, ich bin hier. Kack, Nubbike. Alter. Holt den vom Himmel. Rabatt, Maikaleck. Ja, alles, stell mir da. Ich brauche das. Ja, ich brauche das doch noch mal kurz. Lieber Junge, ich gebe dir das Geld dann beim nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Wunsch. Ach so, ich healthbe Abbott. Kack die Staffel tun euch herzlich ja gut. Bis zum nächsten Mal.